Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, heute ist es soweit. Endlich geht die Bundesliga wieder los und natürlich kommen wir auch zu unserer letzten Bundesliga-Blitzvorschau. Der deutsche Meister ist dran, der FC Bayern München und mit ihm Reporter Tobi Altcheffel. Moin Tobi. Servus lieber André. Da ist ja noch eine Menge passiert bei den Bayern und ich würde sagen, wir fangen mit der Startelf an. Die sieht ja jetzt doch ein bisschen anders aus als zunächst gedacht. Ja, ich denke es mir immer wieder, wenn man eine Glaskugel hätte und mal am Beginn der Vorbereitung oder am Ende der vergangenen Saison dann reinschauen könnte, wie die Startelf am ersten Spieltag aussieht, da wäre uns Reporter immer sehr geholfen. Aber ich fange einfach mal an. Im Tor aktuell Sven Ulreich, quasi Gewinner der Vorbereitung und darf sich jetzt beweisen. Rechts hinten Masraoui anstatt Pavard. In der Mitte die beiden Innenverteidiger Mattheiste-Licht und Min Jae Kim. Linker Außenverteidiger Alphonso Davies, der ist gesetzt. Vor der Abwehr Joshua Kimmich neben Kondad Leimer. Neuzugang. Dann haben wir quasi eine Dreierkette offensiv mit Leroy Sané auf Außen. Jamal Musiala im Zentrum als Zehner-Spielgestalter. Auf der anderen Außenbahn Serge Gnabry und im Sturm, wer hätte es gedacht, Harry Kane. Das klingt erstmal nach einer richtig soliden Mannschaft. Also ich habe da ein oder zwei Nachfragen dann doch zu bei den Bayern. Zum einen Sven Ulreich, ich weiß, Glaskugel, aber wie lange darf der wohl im Tor stehen? Und zum zweiten Joshua Kimmich, zieht es den vielleicht noch nach rechts, wenn noch ein Sechser kommt? Ja, sehr gute Frage. Bei Ulreich hängt es natürlich davon ab, ob sie jetzt den Plan umsetzen, wie wir berichtet haben. Und eine, ich sage mal, kleinere Nummer wollen als Torwart, also der Israeli Peretz ist ja im Gespräch. Wenn der käme, dann dürfte Ulreich erstmal drinbleiben und dann hängt es davon ab, wie schnell Manuel Neuer genesen kann. Da sind die Bayern aktuell ein bisschen zuversichtlicher. Und ich tippe mal, dass es schon so wieder sehr kalt im Stadion sein wird, bis jemand anderes im Tor steht. Wäre jetzt meine Prognose. Also da können wir uns ein bisschen gedulden. Und Kimmich hinten rechts will auf gar keinen Fall, aber könnte ihm drohen. Aber das Sechser-Thema ist natürlich die Gretchen-Frage beim FC Bayern. Ja, da muss Pavard erstmal weg, dann wäre Geld da für einen Sechser. Und wenn dann der Sechser käme, dann müsste Kimmich vielleicht nach rechts hinten. Also bei den Bayern wird ein bisschen darüber gesprochen, als sie alle Titel gewonnen haben 2020, da war Kimmich rechts hinten. Und das ist ja gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Also ich würde es jetzt mal gar nicht ausschließen, dass das passiert. Und ich vermute, er gehört trotzdem zu den drei wichtigsten Spielern bei den Bayern, oder? Ja, vermutest du sehr gut. Die drei wichtigsten Spieler, Joshua Kimmich, du hast es gesagt, aktuell Kapitän, Führungsspieler, natürlich in der Diskussion. Aber bei den Bayern absolut unverkäuflich und der soll wieder aufgebaut werden und soll am besten auch seinen Vertrag noch verlängern im Laufe dieser Saison. Also der zählt dazu. Dann Harry Kane muss dazuzählen, weil der ist jetzt der Mann, der die Tore liefern soll. Und tatsächlich würde ich bei den drei wichtigsten Spielern auch Manuel Neuer nennen, weil an Neuer hängt zu viel. Zum einen ist er so ein Leistungsträger, zum anderen ist er so ein großes Fragezeichen. Wann steht er wieder im Tor, was wird aus ihm? Also ich lege mich auf die drei Spieler fest. Kimmich, Kane und Neuer. Und wer könnte die größte positive Überraschung werden? Ja, vor dem Kane-Transfer hätte ich definitiv Mathis Tell gesagt. Der muss sich jetzt ein bisschen hinten anstellen. Von daher nenne ich mal Nusair Masraoui, denn der könnte jetzt erstmal spielen. Der hat es in den Einsätzen in der Vorbereitung gut gemacht. Ist so ein bisschen der Geheimfavorit von einigen Fans. Die finden ihn richtig gut und ich glaube, wenn der ins Spiel und ins Rollen kommt, nach vorne ist er sehr, sehr gut. Wenn er defensiv stabiler wird, dann kann der Stammspieler bei den Bayern werden. Okay, und dann müssen wir natürlich noch auf die andere Seite gucken. Wer kann denn die größte negative Überraschung werden? Ich befürchte, wenn sich das noch länger zieht und am Ende der Transfer nicht klappen sollte, dann Pavard. Weil Pavard hat einfach null Bock mehr auf Bayern. Sagt das allen, macht das allen klar. Und wenn der bleiben müsste, dann wäre das, glaube ich, eine schwierige Saison mit Pavard. Und auch bei Gravenberg ist es ähnlich. Der will gern weg, will mehr spielen. Wenn der bleibt und nur dritte oder vierte Wahl ist, könnten das Problemfelder auch in der, sag ich mal, Chemie in der Kabine werden. Was ist der Best Case für die Bayern? Best Case ist Champions League, ganz klar. Also wenn die Bayern greifen nach den Sternen und nach dem Allergrößten und wenn das jetzt alles sich einspielt, einruckelt, neuer, fit wird, vielleicht noch ein Sechser kommt, Kane trifft, die ins Rollen kommen, dann ist natürlich der Best Case der Champions League Sieg. Also die Bayern wollen immer ins Halbfinale, kaufen jetzt den teuersten Spieler der Bundesliga-Geschichte, kaufen mit Kim, einen Verteidiger, der 50 Millionen gekostet hat. Also das ist ja nicht nichts, sondern das sind große Namen und von daher Champions League Sieg ist der Best Case für die Bayern. Und der Worst Case? Worst Case ist, es ist ein schlechter Start, weil sich die Mannschaft noch nicht so richtig einspielen konnte. Tuchel analysiert weiter ehrlich und sorgt dafür für Störgeräusche. Das sorgt dafür, dass die Spieler sich über ihn ärgern, die Bosse den Spielern die Tür aufmachen für die Beschwerden und da wieder der FC Hollywood zurückkehrt und es durch einen schlechten Start tatsächlich eine Trainerdebatte geben könnte und sehr viel Unruhe reinkommt. Und Worst Case ist ja für die Bayern dann tatsächlich kein Titel und die Vizemeisterschaft, wenn ich es mal so ausspreche. Ich glaube nicht dran, aber wenn ich es als Worst Case prognostizieren müsste, wäre das der Worst Case. Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse nicht hören sollen? Mir gibt es wahrscheinlich eine Menge. Ja, ihr habt natürlich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich würde sagen, die Wahrheit, die sie nicht hören wollen, ist, dass Thomas Tuchel mit seiner Analyse, die sehr niedergeschlagen oder schockiert war, nachdem er im Supercup gegen Leipzig tatsächlich recht hat. Und er hat das ja so gemeint, er hat ja gesagt, er hat keine Erklärungen, weil im Team irgendwie was ist, was die Mannschaft belastet. Und da geht es gar nicht um Sportliches oder um Taktisches, sondern da geht es eher darum, dass diese Selbstverständlichkeit der Bayern und dieses Siegergehen, wir sagen immer, dass Mir Samir der Mannschaft ein bisschen abhandengekommen ist und da eine Unsicherheit im Team ist, die durch Nagelsmann-Entlassung, Unruhen im Verein, Flechte-WM für die deutschen Nationalspiele entstanden ist und dass eben diese Mentalität, die die Bayern auszeichnet, sich tatsächlich erst wiederentwickeln muss. Hast du eine Spielerfrau gefunden, der wir auf Insta folgen müssen? Ja, war deutlich einfacher als beim FC Augsburg, wo ich meinen Tipp abgeben sollte. Bei der Spielerfrau ist das die Anneke Molinar von Matheiß-Delicht. Die gibt sehr viele Einblicke, postet sehr viele Fotos, private Fotos, wie sie in München unterwegs ist, was sie entdeckt, was sie mit Matheiß zusammen macht, wo sie im Urlaub sind, also wenn man guten Content will, gibt es bei Bayern tatsächlich sehr viele Spielerfrauen, aber ich würde mal die Frau von Matheiß-Verlobte von Matheiß-Delicht, oder ich glaube, sie haben ein paar geheiratet inzwischen, wollen heiraten, bin ich etwas überfragt gerade, aber den beiden kann man folgen. Und bei den Bayern gibt es ja so richtig steile Thesen meistens gar nicht, trotzdem vermute ich, hast du eine. Was ist deine steile These für die Saison der Bayern? Meine steile These ist, dass es Thomas Müllers letzte Saison beim FC Bayern sein wird, also der Vertrag läuft aus. Er selbst weiß, dass es eine Position ist, wo er auch von Spritzigkeit lebt, hat er jetzt ein bisschen Probleme im muskulären Bereich über viele Wochen. Der wird nochmal zurückkommen, ich wünsche ihm eine sehr gute Saison, dann auch mit vielen Titeln und vielen Toren oder Vorlagen gutes Zusammenspiel mit Harry Kane. Aber wenn sich das jetzt nicht so entwickelt, dass er und Kane ein Duo werden wie früher, Lewandowski und Müller, dann glaube ich, sagen beide Seiten, es war wunderschön und es war eine lange Zeit beim FC Bayern. Thomas Müller muss nicht unbedingt noch woanders spielen, aber dann machen Müller und die Bayern nach dieser Saison Schluss. Willst du dich noch richtig steil machen, damit Karriereende bei der Heine-EM, oder? Ah ja, komm, kann man schon sagen, klar. Machen wir noch mit dazu. Nehmen wir noch mit rein, okay. Joey, ich vermute mal, was anderes als Platz 1 gibt es in deiner Prognose für die Bayern nicht. Ja gut, was soll ich sagen? Also die Bayern landen auf Platz 1, da will ich jetzt nicht wie Didi Hamann machen, der bei uns den Sportbild Leipzig als Meister getippt hat. Das könnte eine große Überraschung werden, aber ich tippe die Bayern auf Platz 1, klar. Keine Überraschung bei mir in der Prognose. Kili sagt, Leverkusen, ich bin auch ganz klar bei den Bayern und ich wüsste nicht, was da passieren soll, wenn mit der FC Bayern nicht deutscher Meister wird. Aber das ist Fußball und das ist das Schöne daran, da kann alles passieren. Das war die letzte Bundesliga-Bitzvorschau. Tobi, ich danke dir. Damit sind wir durch. Die kann man natürlich alle gerne nochmal nachhören. Ihr könnt Tobi noch ein zweites Mal hören, beim FC Augsburg zum Beispiel. Also Freunde, heute Abend geht endlich die Bundesliga los. Wir freuen uns und machen Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Täglicher Fußballstart in den Tag.